Ja, hallo wieder von der Gamescom. Wir stehen heute am Stand von Pixel Maniacs und neben mir steht der Steve. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, klar. Hi, Steve von der Pixel Maniacs. Ich bin Creative Director, Game Designer, Writer, Producer bei Pixel Maniacs. Die haben alle sehr viele Hüte auf. Ja, das merkt man bei so vielen Bezeichnungen. Möchtest du vielleicht noch kurz was über Pixel Maniacs sagen, wo ihr herkommt als Firma und was ihr so entwickelt für Spiele? Ja, wir machen hier Chromagun 2, Die Hard. Wir kommen aus Nürnberg, aus dem Süden von Nürnberg, gerade so nicht Stein. Jetzt arbeiten wir seit 2 Jahren an Chromagun 2 und planen hoffentlich nächstes Jahr um die Zeit ungefähr zu releasen. Also in einem Jahr ist dann Release geplant. Möchtest du vielleicht ein bisschen was über das Spiel erzählen, um was es im Spiel geht? Ja, unbedingt. Chromagun ist ein First-Person-Puzzle-Shooter. Ein bisschen wie Portal, das wird den meisten hoffentlich ein Begriff sein. Mit dem Unterschied, dass wir keine Portale haben, sondern wir mischen Farben. Und wir haben diese runden Droids und die werden angezogen von Wänden, die die gleiche Farbe haben. Und da muss man ein bisschen so logisch passen, wie man jetzt welche Farben mischen muss, damit man die Droids an die richtige Stelle bekommt. Klingt interessant. Und das ist alles in eine diesmal doch recht große Story über Freundschaft und das Multiverse. Cool. Ja, bei Spielen geht es ja auch immer sehr viel um Geld, um Finanzierung, um Förderung. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr irgendwie vom Freistaat oder jetzt vom Bund eine Förderung bekommen oder vielleicht sogar von EU-Ebene? Also wir kennen uns, wir von allem schon bekommen tatsächlich. Wir sind hier vom FFF und vom BMWK gefördert mit Chromagun 2. Das ist sehr cool, das hat uns natürlich sehr geholfen. Unser letztes Spiel, das wir leider absägen mussten, wurde auch von der EU gefördert. Aber das mussten wir leider kämpfen. Also dann alle Ebenen sozusagen schon mal durchgespielt? Einmal alles durchgemacht, ja genau. Wie ist das vom Aufwand her? Ist das sehr bürokratisch, also sehr aufwändig, so eine Förderung zu beantragen oder geht das? Es kommt auf die Förderung an. Also die EU-Förderung war ganz schönes Brett, schüttet aber auch am meisten Geld aus. Man muss sagen, vom FFF und vom BMWK, das hält sich wirklich in Grenzen. Also es ist natürlich Bürokratie, es ist mit Paperwork verbunden, aber es ist wirklich machbar, also es geht. Ja okay, es klingt ja dann schon mal ganz cool. Absolut. Habt ihr noch irgendwie andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel, viele haben ja Kickstarter-Kampagnen noch oder irgendwie Spenden. Gibt es das bei euch auch? Wir haben einen Publisher, PM Studios, die uns netterweise unterstützen in der Finanzierung von Chromagand 2. Wir haben Spiele, die wir vorher gemacht haben, die immer noch ein bisschen Geld abwerfen. Und wir hatten vorher Apps gemacht, die auch immer noch so ein bisschen Grundflimmern oder Grundrauschen produzieren. So halten wir uns ganz gut über Wasser. Ja okay, cool. Klingt ja schon mal alles ganz interessant. Ja. Vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank. Okay, rendei. Jetzt überrasst's. esto war die diese unter .